um nun kommt schon mal wir haben die anderen Niemann ich werde das nicht mehr kennen, weil es halt nichts zu groß zu sagen gibt, außer dass der Ladi nur halt leider von Ladi ist ich weiß es nicht wieso ja, ist egal ähm, dann schon mal ein Vorauslöser, so wie es mir gefällt, auch schon viel Spreiber hoch und ich entschuldige, will ich nochmal, dass wir in der letzten Folge, dass wir das ausprobieren können, dass es das angeblich, dass wir das jetzt mal an der Drücke und so gesagt haben aber eigentlich nur Drecks heißt, jetzt entschuldige ich mich nochmal, dass wir schon einen Drugs haben aber Entschuldigung wir haben uns das angebucht die Bewege trug uns so furchtbar leid und ich glaube ich habe noch ein anderes Schwachzug gemacht, ich habe nochmal ähm, einen Link reingetan, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht so ja, ich weiß nicht ich weiß nicht äh, auch in meinem Schaden, aber schade ja, ich gehe, was ich auch hier kann ja, ich gehe, was ich auch hier kann ja, ich gehe, was ich auch hier kann ey, monat, ich weiß nicht, dass ich hier so wenig okay jetzt ist es so wenig, aber also, hier kann ich auch ein bisschen unfeilig sein also, hier kann ich auch ein bisschen unfeilig sein das ist so, hier machen wir ja auch ein bisschen unfeilig sein ich bin so in den Pieren das ist so ein bisschen unfeilig sein Vielen Dank. 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 Sorry, das war's aber wieder. Ich weiß nicht, für manche Leute... Ich habe Einschussmediziner getötet. Ich habe neulich... Ich habe neulich... Ich habe neulich... Ach, ich habe neulich... Ich bin ja mal schnell... So, ich... Ich habe neulich... Ich habe neulich... Ich habe neulich... Ja, 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 nein! Oh Gott! Oh, m, g! Nein, meine Scheiße, man! Nein! Komm, komm, mach, mach! Ach, die kriege ich auch schon! Ich mach mir das doch leichter. Störe mit mir! Geht doch viel einfacher, oder? Ich bin mir ja ehrlich. Ich bin mir mal von mir aus. Das sehe ich mich nicht. Ich schaue die Abonnenten, das ist ja egal. Ich weiß nicht, ob mein Kopf ist on. Okay... Ah, das ist... Falls du das, wie du sehen würdest... Ich sehe nur den ganzen Mal von mir, ne? Störe... Störe von mir. Ja, kannst du das jetzt mal loslegen? Ähm... Ähm... Ich hab's ja nur ganz normal vorne, ne? Auch... Ich denke, das wäre noch besser, bevor ich in der Schule... Ganz schwierig... Nein! Halt! Ich wechsle mal im Donner. Was ist doch... Ich wechsle mal im Donner. Ich wechsle mal im Donner, ne? Bis zum nächsten Mal im Donner. Ich wechsle mal im Donner. Ich wechsle mal im Donner. Das ist doch unser Möbel, der wird dir nicht sehen. Das blöde Scheiße, das ist doch unser Möbel, der wird dir nicht sehen. Was soll ich jetzt machen? In die Atomkaufeln. Apropos, ich habe jetzt eine neue Möbel. Aha, ich sehe das. Ich weiß, ich bin trug. Ja, 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 ja. Dieses Hotsplay wird natürlich auch unendlich, ich sehe das. Ja, ich war schon... Nein! Ah, Doppelgel! Entschuldigung, was ist das? Ja, Doppelgel! Schwamm, wenn nicht dieses Pack hat, dann bin ich nicht besiegt. Ich brauche nichts anderes, ich brauche keinen Doppelschutz. Ich brauche nämlich nur fast einen Schuss. Und dann sind jeder schwächere und ein bisschen bessere ist dann weg. Ich brauche das. Und dann sage mir das. Und dann gebe ich ihr. Das ist ja ein paar Lachen, das ist ja. Ich brauche das. Nä, ja. Ich habe hier noch nicht dran. Nein! Nein! Oh Gott! So, jetzt bin ich von der Schaum! Ey, da hat's... Will der mich verarschen? So stark kann es dann mit... Lecken? Alter! Ich könnte mich schon verarschen, irgendwie leidisch! So ganz leid! What the... Stirb! Yay! Yay! Kann ich denn erziehen? Oh! Hey, du musst deinen Scheiß nehmen! Das ist doch unser... Und darf iT beh sch加入! Un... Nein! Einmal verloren! Schnell... Jaja, warte. Die neue Zielgerung. Fire! Kann ich jetzt hören? Kann ich nicht hören? Wir haben wieder einen Handschlag. Andererseits, irgendwie... nicht so gut... Waaah... Apropos, was findet ihr eigentlich? Was finde ich? Also Profi Schlacht? Oder einiges? Schreibt das mal in die Kommentare. Wie gesagt, dass ihr mir sehr 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 wichtig gesagt habt, dass ihr mir in die Kommentare schreibt. Oh nie. Doch ein Opfer. Ähm, an... Thank you. Alter! 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 Gott! Der baut uns echt nicht. Druck mal noch mal schneller tun und dann geht's gleich wieder... Das erinnert mich mal aus einer ehemaligen Klasse. Der war genauso. Der ist immer hinten... Aber nicht jetzt von den Angegern hat mit Klang zu tun. Aber es war immer so, ähm... Äh... Das war immer alles so ganz komisch halt mit ihm. Nur... Willst du mich wirklich verraschen? Wer trotzig mit Schaft? Im Nahkampf? Ernsthaft? Äh... 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 Ähm... Wenn er jetzt druckt... What the... Nein! 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 Ja, ich glaub' ich... ... mach's dann eher mal wieder auf und da... Mit dem nächsten Käse sag ich ihn einfach. Tschüss, ne? aber ich kenne es kann ja alles anstrengend nicht darum Butt. Leil,호, little ghost, oh Finally shit. Ich will leben, oh gleich, blem, blem, leprechen, wie landeigend bin. Villez, leeren, blem, blem. LeHe, leeren, blöerme blö... thereafter. Leben. Ne, mach! Ah! Ja, ich sag tschüss. Ah! 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 Also dann tschüss! Und... Lali, du! Alles Gute!